Ich bin im Orange Sobald die angefangen haben, wählen wir auch gleich aus, weil dann geht wahrscheinlich das Spiel los Ah, ich bin so aufgeregt Cutter, du fährst Da hinten Gerade Ja, hab ich, hab ich Bin auch da Ah, sorry, sorry Nein, ich hab ihn Ich hab ihn Machst du? Ja, schön Ah, kriegt er mich ab? Oh nein, oh nein Nein Er war nicht schlecht Ich muss jetzt sagen, wenn ich an mir Nein Ne, was raus Ich bin auch wieder da Schön Bande ist noch warm? Ja, ich muss erst den Bus zu essen. Warte mal, als erstes. Jetzt war ich zweimal an dem Scheißball vorbei. Ach, Scheiß hier. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Nein, ich bin zu weit vorne. Ah, spannend. Ah, sorry, bist du gekommen. Ah, okay. Ah, klar, ich schieße dich jedes Mal ab, Tori. Ich stehe aber auch immer irgendwo im Tor, das ist nicht so schlimm. Ich bin zufrieden. Oh, ich bin zufrieden, ich bin zufrieden. Oh, ich bin zufrieden. Was ist das? Ja, bist du schön, hast du das? Aber ich bin schon fertig. Ich bin zufrieden. Was, Dima, wo ist denn die jetzt hin? Die Placid-Hittenspieler sind langsamer. Okay, wir bleiben bei Orange. Es fehlt noch einer bei denen, ich denke mal wir fahren jetzt nicht, oder? Doch, ist da, ist da. Was? Erster, wo Terrence hat, du? Hab ich. Kommt ganz gut. Nein. Das war's, schaffst du. Boah. Ja, ja. Ja, das wurde gefährlich. Ja. 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 Ich bin ganz gut. Ja. Schade. Au. Nein, nein. Oh, glad this. Oh. Oh. Der hätte aber so böse hier reingehen können. Der hat so einen guten Winkel. Oh, schade. Oh. Oh, bitte. Ah. Oh, sorry. Ne, das warst du nicht schuld. Da bin ich vorbeigefahren. Oh. 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 ich habe auch ein Pech hier der Dritte ich habe mich gerade ein bisschen aufs Dach ja, glaube ich das gibt es doch nicht oh, verdammt nein nein oh oh habt ihr? nein, 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 nein nein, 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 aber nicht so schön dann machen wir das dritte noch, wenn sie wollen nein es waren sogar ne, drei Siege wir haben Okay. Ah scheiße, falsches Team. Hä? Okay. Ich dachte halt besser zu früh, deswegen heißt das ja für mich halt... Oh mein Gott, ist ja egal. Warte, 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 warte. Ja, die schießen einfach. Ja, das ist toll. Ja, ist egal, machen wir's ja weg. Ja, wir haben schon zweimal gewonnen. Was haben wir noch? Ne, ich glaube wir müssen dreimal gewinnen, also höchstens fünf Spiele und minimal... Minimum drei. Okay, weil... Ja, wir haben so. Ha ha ha! Oh na. Einer mit. Schön, schönes Tag. Ah, der war noch der Ski. Der war noch knapp am Ende. Schießt du? Ich hab echt nach der Autoskriege nicht mehr hin. Ja, ich nehme ihn. Schön. Geiles Ding. Es ging schnell. Hat aber auch genau gepasst, oder? Ja. Dann nicht geholfen richtig. Ich fahr. Nein, ich hab keinen Wust mehr. Hast du? Ja. Okay. Der ist wohl reingerollt. Ja, ein bisschen vertippt wahrscheinlich. Das kann ich aber auch gut. Vom Ball stehen und dann den Stick noch in die falsche Richtung ziehen. Ich bin hinter dir, das ist okay. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Das war nicht so. Ah, das sieht so aus. Sorry. Wenn ich zu nahe vom Tor stehe, bin ich meistens zu nahe. Oder wenn ein Fass kommt. Halbisschen zu spät. Was, du? Naaah. Oh. Oh nein. Doktor. Ach der war ja auch geil. Ein klassischer Bogenquetscher. Oh. Ah, ja. Ach so. Oh, oh. Oder machen. Wenn da es keiner gestanden hätte, dann wäre der jetzt auch noch. Oh! Das gibt's noch nicht. Ich hab's nur gut gemacht, ey. Voll weg. Und das sieht nachher jeder. Das ist schlimm, ne? Schön. Das ist, dass abgesprochen werden, ne? Warte mal. Achso, doch, wir müssen alle fünf Spiele spielen. Wegen Tore und bla bla bla. Ah, okay. Und wie machst du das denn immer so schnell? Nimm selber schnell das Headset? Ich hab mir das gerade bloß überlegt. Ich wollte eigentlich in WhatsApp schreiben, aber ich hab's erst überlegt. Und dann hab's okay. Wer beschreibt. Wieso kann ich jetzt nicht schreiben? Weil hier kein Chat ist. Weil hier kein Chat ist. Ich weiß nicht, wieso nur 2 gegen 3? Da hab ich nicht so Lust, jetzt irgendwie aufs Tor zu schießen. Bisschen unfair, finde ich. Und, meinst du nicht, oder? Und, meinst du nicht, oder? Er leckert mich am Arsch. Kann er als Zuschauer noch was drückschreiben? Das ist die nächste Frage. Fahr mal du. Ich halte mit dem PSN. Das ist die Schiff noch. Oh, ne. 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 Scheiße. Ich muss erst immer variieren, wie ich den am besten nehme. Deswegen dauert ich manchmal, wenn ich genug Zeit habe. Okay. Leute, ich weiß nicht, wie er das ist, aber ich würde sagen, dass ich nicht mehr kann, dass ich nicht mehr, wenn ich nicht mehr, wenn ich nicht mehr, wenn ich nicht mehr kann. Okay. ich habe ihn nur von hinten gesehen, wusste ich wie er zum tor fliegt Falsche richtung es war nicht so geplant es gibt so ein Mensch ja 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 sorry das war meine schuld da ja ja wir kommen ja 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 Nein! Nein! Schön! Also, ist es best of 3? Das heißt, wenn wir noch 2 wären, also den ersten beiden jetzt hier eben? Also, entweder hätten wir 2-0 oder 3-0 eben gewonnen. Da wir alle 3 gemacht haben, eigentlich 3-0 aber. Ob jetzt 2-0 oder so 3-0. Oh! DAAAHH! Eigentlich müssten wir immer so am Anfang fahren. Wie denn? Wir hätten zwei Leute gleichzeitig. Weil wir sind ja Quellssparen, ne? Ja, genau. Nö. Also wenn es 2-0 steht, können wir aufhören. Okay. Okay.